Assalamu alaikum muchachos, wir sind wieder am Stizzle mit Rainbow Six Siege Direct auf Konsulat hier bei den Losers. Ich bin der Deko, wir zockern zusammen mit Mabossa und OPkiller. Hallihallo. Was geht? Wir nehmen den Operator mit den geilsten Arsch. Wer ist es? Eigentlich IQ, aber du hast Twitch genommen. Ja, ich dachte auch gerade IQ. Okay, ich zocke den Operator mit den geilsten Augenbrauen. Wer ist es? Twitch. Montagne. Okay, Moin Moin erstmal. Ich spiel jetzt richtig YOLO erstmal Fuse. Ich denke mal, es sind eh Archiv, deswegen ich glaube, Archiv kann man gut reinbillern. Wir stizzeln. Wir stizzeln. Das Ding ist, ich müsste erstmal gucken eigentlich. Ich habe ja noch nie Fuse gespielt hier, glaube ich. Also zumindest, nee, nee, wie ich mich erinnern könnte in den letzten Jahren oder so. Jedenfalls erstmal gucken, wo das überhaupt ist, damit ich weiß, wo ich reinfusen muss. Lada Vinci war gerade noch bei uns. Jetzt. Nee, bei den Gegnern war er. Jetzt ist er bei uns. Das ist ja hier. Hier ist es vorne. Müsste also ins Visa-Büro. Nein, meine Drohne sind schon nicht da. Jäger geht wieder runter. OP-Killer ist hier. Hey, wo sind wir gespawnt? Oh Gott, was ist das hier? Was ist das hier? Achso. Jetzt dürfen aber eigentlich alle weg sein. Alle Cameras. Oh oh. Oh oh. Jäger war gerade blue. So. Warte mal, wenn da jetzt vier sind, soll ich dann nicht lieber von Garage gehen? Aber ich bin Bug. Alter, gehen wir alle echt hier durch? Aller lächerlich ist das denn? Ich bin auch hier gefroren. Ah, wir hatten da aufgemacht, Alter. Das ist dieser scheiß Bug, Alter. So ein dreckiger Lappen, Hauptsache direkt am Eingang, damit die Leute aus seinem Team, die gerade reinkommen, erst mal direkt Wechsel-Flex werden. Hashtag Wechsel-Flex. Oh, du hast fast unseren Fetcher gekillt, Alter. Oh, Leute. Achso, du bist der Bug. Ich hab mich gar nicht zu geflamed haben. Ich dachte schon so. Hoffentlich merkt er das nicht. Ja, ich hab's mir! Warte, ich lass mich vorgehen. Nee, hab ich nicht. Der TV und die Elektronik. Ich hab eigentlich nur hier aufgesteckt. Der Yellow Fry. Es war irgendwer Yellow schon, ne, ne? Alter, ich hab so viel Stacheldraht und Schüssel kaputt gemacht, ey. Stacheldraht. Oh, Yellow ist jemand. Yellow, passt auf. Ich weiß nicht, was Yellow ist. Achso, Yellow ist der. Hab ich. Easy kill, man. Kill. Wo kam das her? Mit Sicherheit sofort fahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Oh, sie ist Blue, sie ist Blue. Genau da. Switch, frost there, frost there. Bravo. Alles. Jetzt geh ich nochmal in meine Droner. Stop. Das hat aktiviert. Das heißt... Warte noch, Deko, warte noch, Deko. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hier in der Ecke haben wir einen. Ja. Kümel den die ganze Zeit an. Lol, hinter mir. Oh, Herzlich. Ella kam von der Hinterkommerei. Ella, könnte jetzt also von rechts bei dir kommen, ne? Ja. Oh, ich wusste nicht, dass noch jemand draußen ist, Alter. Ich dachte, die wären beide drin, ne? Oh, soll ich jetzt nach links oder rechts schauen? Sekunden. Scheiße, ich. Ah, schade. Ich bleib' noch 10 Minuten. Ah, schade. Schade, Banane. Ah, warum war diese scheiß Ella noch draußen, Alter? Okay, drei Kills geholt. Nächstes Mal klappt das besser. Ich hab mir jetzt einfach auch angewöhnt, die Operator zu picken, auf die ich einfach gerade Bock habe. Habt ihr in die Kommentare geschrieben? Mach ich jetzt auch. YOLO! Ihr wollt auch nach unten? Deko mit deinem Schild wieder? Nee. Aber nach unten. Valkyrie. Okay. Deko! So. Einmal Dropper. Du machst Dropper? Ja, okay. Oho. Einen. Lalalalalalalalalalalala. Mach du den einen da. Mach lieber den hier. Hab ich. Ich weiß, hier sind zwei. Warum sind hier zwei scheiß Frostmatten, Alter? Hier ist noch offen. Mach ich zu. Das ist der Eingang hier, ne? Ja. Kannst du mal C4 bewegen. Kannst aber auch in meine Cam gehen. Hier ist da. Ich hab meine eigene Cam. Ich hör mich dabei nur hier entkühlen. Kannst du auf die Cam gehen? Ich weiß nicht, ob mein Gerät soweit reicht. Warte. Ah, da kommt was. Okay, es reicht, es reicht, es reicht. Kommt her, ihr Muschis. Lol, sie haben meinen C4 zerstört. Oh man. Dann haben wir auch eine Drohne. Sensor aktiviert. Herzschlagsensor eingesetzt. Derogation. Nice. Hauptsache das erste, was die machen, wenn die hier reinkommen. Kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen? Verschwinde da. Das wird gefährlich für dich. Sind eher so hier gerade. Warte, Marvin jetzt. Na, zu spät. Warte, jetzt. Na, zu spät. Die ganze Zeit da bin ich nicht herlaufen da. Ah. Also sie haben Glatz und IQ. Damit können sie schon mal nichts aufsprengen. Hier, hier ist was. Das heißt, ich hab hier... Ja, sie können da nicht durch. Hier ist noch die IQ. Ah. Nice down. Sehr schön. Die ganze Runde nichts gesehen. Nichts gehört. Doch, du hast was gesehen. Ja, aber sich bewegende Punkte. Alter. Uiuiuiuiuiui. Schön gemacht. Okay, Angriff. Ja, also sie können nicht mehr Archiv. Die können aber Garage. Lust hab ich auf Bug auf jeden Fall. Ja, Garage. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Splittergranaten. Dann mach ich noch irgendwas. Oh, Fuse? Einfach da drüber mal Fusen. Geht das? Äh, ja. Das glaube ich beim Piano. Ah, Thatcher. Scheiße, wir brauchen auch Thatcher. Warte, warte. Nimm du Fuse. Ich nehm Thatcher. So, ich bin direkt in der Garage. Natürlich sind sie hier. Okay. Ich fahre gleich Piano. Ich glaube das ist Piano. Ich müsste jetzt selber nochmal gucken. Warte. Bist du jetzt Piano? Ja, ich bin jetzt Piano. Ja. Fahr mal weiter Richtung Westen. Ja, ich bin tot. Piano. Aber du warst gerade ungefähr über hier. Valkyrie war da und Ela sind oben. Piano. Das einzige was ich erschöter war eine Concussion. Was? Ja, das Ding ist wahrscheinlich definitely dann da hart. Also mit Bandit. Die Main entrance. Warte, ich versuche da hinzukommen. Ey. Schon wieder geholt? Ganz oben, Ela. Alter, lol. Do it, do it. Stand it is down. Ah, wo das hier ist hier? Aber YOLO. Ich can't. Mach jetzt hier links. Hier an der Wand. Hier an der Wand. Ja. Ah, ich würde noch eher nicht weiter an die Wand gehen. Aber try. EZ kill. EZ kill. Ey, weißt du, ich geh oben rein. Eigentlich wollte ich nach unten gehen. Da, wo Marvin reingefused hat. Wollte das mit der Bug Schrotflöte aufschießen und den Bennett killen. Und ich bin zu Sicherheit extra ganz oben rein gegangen. Weil es am unwahrscheinlichsten ist, dass da da irgendwer war. Oh Mann, zu geil. Easy kill's wieder gemacht hier. So. R6 läuft bei mir so überhaupt nicht. Ich hab so Pech, ey. Okay, woran gehen wir jetzt? Soll ich Lord Tachanka nehmen? Tachanka? Ich darf nicht Tachanka sagen. Garage. Ähm. Ich hab wirklich mal Bock auf. Mira? Nee. Nee, nee. Ach, hier sind wir. Oh. Easy, easy. Easy game. Ich hab immer noch so viels, ne? Ja. Er ist die vierte Runde irgendwo. Alles war drin. Oho. Er ist echt so lächerlich von mir gerade. Das ist unglaublich. Als hätte ich irgendwie über die letzten drei Tage meinen kompletten R6 Skill verloren. Ich hätte vergessen, dass ich vor allem R6 gespielt habe. Ich hab mein Skill einfach aufgesaugt. Wobei ich nicht mal das Gefühl habe, dass ich scheiße spiele. Ich hab hier einfach nur durchgehend so übertriebenes Pech. Möchtet ihr irgendwo Lächer haben? Im Arschloch wären doch nicht schlecht. Not bad Sir, not bad. Ähm. Machen wir mal hier. Nice, okay Killer. Du bist der Gott, alter. Tschüss. Haupteingang ist einer. Außen. Lol, ich hab Schild als wäre ich müh, was hab ich geschafft. Ich hab was bei der Haupttreppe gehört. Pfeifen Ich hab hier vorne übertrieben hart viele Steps. Kleine Treppe ist da. Jemand macht Jagd auf dich. Vorsicht du wirst verfolgt. Du wurdest identifiziert. Ich werd schon wieder vom Jekyll gejagt. Ich werd schon wieder vom Jekyll gejagt. Yellow ist Termite. Da hab ich Steps gehört. Ich schon wieder. Nice. Über dir war Termite. Ja. Hauptsache der Jäger wollte unbedingt vor mich rennen damit er den Krieg kriegt. Da hab ich eine Runde meinen Kill bekommen und dann verlieren wir. Vielleicht darf ich einfach keine Kills machen. Wieso gehst du eigentlich da rein wenn der nicht verstärkt ist. Achso du hast auf die Seite aufgepasst oder was. Ja genau. 2-2. Oh oh. Auf was hab ich jetzt Bock. Ich hab eigentlich mal wieder Bock auf Glas. Aber. Ich überlege dann ob ich die PDW nehme oder Sturmgewehr. Sie könnten jetzt in die Garage gehen ja. Denk ich einfach. Ja sie sind Garage. Denk ich aber. Denk ich ja laut durch. Obwohl. Ne das war nicht ganz so smart. Wendeltreppe geh ich. Genau. Ich geh dann über Bandit zu Piano. Mach dann über ihm auf. Kapkan. Uh. Zwei Leute sind da KW-Raum und Kapkan waren äh beim Drop dicht und Piano. Deswegen passt das schon mal auf. Kapkan war auf Klo und Kapkan war keine Ahnung was immer. Auf dem Klo. Dann gehen wir Main Entrance. Machen wir da mal ein bisschen Stress. Einmal aufmachen hier. Pass ruhig mal mit Marvin mitzugehen. Ich guck eben auf Klo. Passt auf. Passt auf Kapkan auf ne by the way. Ja aufm. Aufm. Clos. So hetsch ist ne Kapkan Pfade. Ich guck eben auf Klo. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Hier kommt auch was. Wait. Echo passt du hier auf? Ja. Raus aus dem Sprengbereich! Okay. Pass auf. Hier soll ne Kapkan sein. Ne Kapkan Pfade. Ja. Ich hab be- Ich hab be- Ich hab be- Ich hab beendet. Ich hab beendet. Zeit wird das krass. Ah da müssen wir eh nicht langer. Ne Kapkan war oben. Geh weiter. Keine Munition mehr! Drei Leben hab ich. Drei fucking Leben. Toilette. Ich muss irgendwie sterben jetzt. Kann ich irgendwo runterspringen? Aufwahr! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh Ey warum immer? Hm. Jetzt bin ich am Arsch. Ähm. Tricks selber in die Luft. Der Moment in dem ich umdrehe ne? Tricks kommt sie? Ja. Ich hab eigentlich gar keine Chance ich muss einfach direkt nen Header machen. Ich hab einen Magazin. Nie Gliebe. Kannst sie flashen. Flashen. Sidesteps. Und. Und killen. Toil. Ey das hat einen Schuss ne? Durchs Schild geschossen. Durchs Schild. Ja die kann nichts mehr sehen. Interrogation kommt jetzt natürlich. Ohhhh. Hauptsache das Schild hält den Schuss nicht auf. Ey geil. Wann ist das denn? Es ist halt eben die Hitbox von Bitch. Verbessert gehabt? Keiner nicht vorne durch? Wollte grad sagen. Der weiß jetzt dass einer Yellow ist da. Lol. Lack gerade bei mir. Lol. Ok ich glaube ich muss R6 neu starten. Warte dann beeil dich jetzt? Warte dann noch. Ich hab 18 FPS. Oh oh. Und jetzt ist das natürlich vorbei. Dötet. Echt das ist so. Ja egal wir picken einfach keinen Operator. Oder drücken nicht Ausrüstung. Da hat er schon wieder. Ja. Ach du Heiliger. Ok. Also war Blitz jetzt nicht die geilste. Aber wieder auch so ein Pech. Deko wird einfach mal eben so umgebracht. Mal wieder. Seit 4 Runden. Oh. Ok. Wollen wollen wir. Das ist die Frage. Ehhh. Bitte warten. Wenn wir nicht mehr mit dem 60 Schlammer wenden. Ja. Bin gleich da. 10 Sekunden. Ne ist vorbei. Wieder herstellen. Jetzt lade ich gerade. Jetzt bin ich down. Jetzt hast du so beigetreten. Oh man ey. Ich war ein Prämensum. Ok das müssen wir jetzt. Hier wird es 5 schaffen. Haben wir gerade 5 gegen 5 nicht geschafft. Und sogar Matchball. Ach müh. Oh je. Oh je. Oh je. Oh Pickeller bist du bereit? Das Unmögliche wahrzumachen. Willi. Aber sowas lassen. Ok. Nichts ist unmöglich. Loser. Jota. Hier machen wir nochmal was. Einen haben wir noch. Hier werden sie eh nichts machen. Ich behalte den einfachen Scheiß. Ich mach ein bisschen Stacheldraht Action. Scheibenkleister. 3 gegen 5 natürlich auch super sowas zu machen. Die waren eh schon sehr zollig. Oh fuck hier. Ich würd mal sagen. Links halt wieder. Illa please go uns bud. Oh fuck ey. Oh. Die Gegner haben die zugefahren. Die der Hager entdeckt. Treppe kommt was hoch. Also kleine Treppe. Also. Geht am besten aber weg. Lass die kommen. Nein. Das sind zwar meine Schuld. Yellow ist noch. Jekyll. Ja. Yellow und Klo. Man. Natürlich müssen die das. Alles kundschaften. Ja. Thatcher. Und Jekyll sind da. Und einer ist unten. Ah. Hier kommen sie. Ja. Von links kommt jetzt einer. Hey. Die haben mich so an den Eiern. Kommt. Alter Berlin. Ach. Draußen am Fenster war auch noch einer. Ja. Schade. Also bis dahin muss ich sagen. OP Killer. Hast du super gemacht. Haben dann doch auf die Storze bekommen. Schade. Dass Deko so kleine. Technische Probleme hatte. War bis. Also ein paar Runden waren echt sexy. Muchachos. Werd euch gefallen. Daumen hoch. Ich werde jetzt das nächste Mal rein gehauen. Bye bye. Bye muchachos. vorbei. Alles klar. Den repo. Anschwett сторону gehauen. geometry.